Herzlich Willkommen in Frankfurt. Wir machen jetzt ein Vlog mit Huda durch Frankfurt. Und wir probieren heute auch Red Bull im Pink. Also wir gehen jetzt sehr gut, wir holen jetzt Red Bull. Kommt einfach mit. Kann ich kurz durch bitte? Die Kamera helfen. Natürlich. Ja Leute, wir versuchen Pink Red Bull zu finden, aber leider. Oben, oben sind die zwei letzten. Leute guckt mal, einfach zwei. Leute hier, zwei Stück Leute, wir machen Test und so, weil Huda das noch nie probiert. Und ich habe ihr gesagt, das schmeckt am besten. Kommt. Ihr habt gehört. Varelo ist hier, geschäftlich. Er hat sein Musikvideo aufgenommen. Richtig. Und natürlich hat er mich abgecheckt. Natürlich. Wir fahren jetzt, also ein Kollege holt uns ab. Er ist auch Albaner. Bester Kollege. Er ist ein guter Freund von mir. Und er hat eine Bar. Richtig. Und wir haben das so halt geplant. Wir wollten eigentlich aufnehmen. Aber Varelo hat nicht mein Mikrofon. Leute. Bester Kameramann. Ohne Mikrofon. Nur mit einem iPhone hier. Und trotzdem wird es klasse für Video. Ja man. Du bist bescheid Leute. Das sind die Red Bull Sorten. Auf jeden Fall zu krass. Was sagst du dazu? Also meine Meinung Leute. Die zwei Red Bulls. Also diese Pinke schmecken am besten Leute. Ich habe alles schon probiert. Alles schon probiert. Das ist 10 von 10 Leute. Was sagen sie dazu? Echt? Ja. Ich trinke kein Red Bull. Hast du es nicht probiert? Nee tatsächlich nicht. Voila. Wie hältst du es aus? Hier acht Stunden Arbeit. Du musst schon. Ah das? Acht Stunden Arbeit ist sowieso eine andere Sache hier. Ja wie bist du so produktiv aber? Und ein Red Bull. Sehe ich produktiv aus? Ja schon. Spaß nein. Kann man mit Karte zeigen ja? Ja klar natürlich. Okay am besten ja. Bitteschön. Huda auf die 1. Huda die beste Frau. Sag mal eine persönliche Meinung. Über mich. Ich sag auch. Ich fang an ok? Ok fang du erstmal an. Ok. Ich sag mal. Wir kennen uns seit zwei Jahren Leute. Ja. Und ich sag dir ehrlich. Egal wie viel Erfolg du in der Zwischenzeit auch noch dazu bekommen hast. Du bist immer Worte ständig geblieben und du warst korrekt zu mir. Muss ich wirklich sagen. Boah. Also korrekte Junge. Stark stark stark. Wallah Leute guck mal. Ich sag euch ehrlich Leute. Huda sag ich euch eine Sache auf die 1. Huda Leute ist wirklich schlau Leute. Und Huda ist. Wallah du bist schlau. Korrekt. Und Luz Leute. Die ist eine sehr korrekte Frau Leute. Die hat mich früher besucht Leute. Wo ich komplett tot war. Und Huda ist das scheiß egal ob einer Hype hat. Oder runter ist. Oder dies oder das. Weil wenn sie will. Die gibt ein bisschen viel Gas und so. Aber erstmal konzentriert sich auf andere Sachen und so. Gefällt dir Frankfurt? Ja ja. Frankfurt ist auch was ja. Hier? Zeig mal ein bisschen die Aussicht. Sieht man? Sieht man Huda? Ja man. Nehm ich den Topf? Oder nimm du auf? Wow. Crack Frankfurt. Richtig. Spaß Leute. Auf jeden Fall. Wir machen auf jeden Fall Videos. Wir lieben das. Ich und Varelo machen das. Richtig Leute. Richtig. Als Hobby. Patsch Patsch. Und ja Leute. Huda ist wirklich eine sehr schlau. Ja ja bla bla bla. Auf jeden Fall. Wie viele Jungs uns angesprochen haben. Wegen denen. Und die haben den nicht so gefragt. Wie geht's dir und so. Die fragen so. Ähm ja dein Bad ist aber gewachsen und so. Ja. Aber Leute. Check mal die Lager ab Leute. Schaut euch diesen Übergang. Ewa. Ewa frisch gemachte Seiten. Ewa frisch gemachte Seiten. Ewa frisch gemachte Seiten. Huda weiß ganz genau Leute. Huda guck mal. Huda hat auch. Ich bin euch ehrlich? Ja. Hey Huda. Ich schaff alles. Guck mal was ein Style. Ich schaff alles. Guck mal. Diese Hose Leute. Ich schaff alles. Das hat wirklich einen Drip. Guck mal die Schuhe. Von wo hast du die Schuhe? Sag sag sag. Ja gekauft oder nicht? Online. Gekauft online und so. Und die Tasche? Kooperation gehabt. Ja okay. Aber ist gut. Aber heute die sind eins zu eins. Ich hab die fast jeden Tag. Das ist meine tagsüber Tasche. Ja hab ich auch so zugeschickt bekommen. Hast du auch Gutsche? Ja ja. Sehr sehr gut. Okay. Was denkst du wie viel dein Outfit wert ist? Hör auf mit dieser Firma. Aber komm wir machen auch Unterhaltung. Die warten gerade auf meine Fahrerleute. Mein Kollege. Egal so. Tasche. Kooperation. Ja aber wert? Was denkst du kostet? Die kostet denke ich mal ein Huni. 100 Euro. Ja. Jacke von Mango bestellt. Ich glaube 80 oder 90 hat die gesucht. Hose? Hose von Zara. Ja. Top von Zara. Von Zara. Und Schuhe? Schuhe von Nike. Was denkst du wie viel? 100 Euro. Kette? Kette 40 Euro. Hast du keine Uhr oder so? Roli? Nein ne? Warte noch. Ok 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 ok. Ihr Outfit wirklich ungefähr auf 200 Euro und trotzdem Leute deswegen man muss nicht immer über 10.000 Euro Klamotten anhaben damit man krass aussieht. Ok ok jetzt bist du dran. Hahaha. Ok. Komm zeig mir deinen Auftritt. Leute ich bin wahrscheinlich zugeschickt bekommen. Auch Kooperation. Auch zugeschickt bekommen. Was ist das für ein Pulli? Wallah eine Seite. Eine Albanische Seite hat mir das geschickt und so. Was kostet das? Boah ich glaube so um 40 Euro. Ok zeig mir deine Hose. Uey yo was deine Hose. Hier habe ich in Berlin auch bekommen und so für Kooperation. Hahaha. Ok ok. Oh in Berlin bekommen so. Schuhe. Outfit zugeschickt bekommen. Wallah Leute. Wallah. Aber sie sind original. Sei ehrlich. Guck mal Qualität. Ja Wallah Leute guck mal damit kann man Leute f***en. Ewa. Spass. Richtig. Und was willst du noch wissen? Ja man. Bart 4.500 Euro. Wallah. Ja ja. Diese Bart ist teurer als die ganze Klamotten. Leute lassen ihren Tachnay machen. Er macht seinen Bart Leute. Wallah stabil. Wie Barillo eine Chaya. Der hätte sich direkt BBL machen lassen. Natürlich. Direkt. 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 Unerwählen aber. Ewa. Haha. Das ist mein Albaner. Ja scheiß auf Taxi alle. Ewa Kushtrim. Ewa. Mach an. Ewa Kushtrim. Was geht. Hallo Leute. Wir machen einen Test von diesen zwei. Also wir testen jetzt zwei Sorten. Red Bull. Ihr kennt die doch bestimmt. Ewa. Ist eine Sorte ne. Aber zwei Red Bulls halt. Ja auf jeden Fall. Ich mach das hier. Ich mach das. Weil Kalt schmeckt am besten. Deswegen tu die Baller da rein. Leute ich hab den Fünsfall nicht probiert gehabt. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich checke den Fünsfall die Lage ab. Warte. Ich trinke ein bisschen. Ich erklär dir wie das schmeckt. Ich erklär dir. Das schmeckt süß. Zum Beispiel. Du weißt ja schon wie eine Rose riecht. Ja. Wie würdest du finden wenn du eine Rose die gut riecht essen würdest. Okay. So würdest du die Sorte beschreiben halt. Ja. Okay. Du musst nur einen Schluck. Das ist zu wenig. Das kann. Ja Mann. Schmeckt dir? Nach Rose Leute. Nach Rose. Auf jeden Fall beschrieben. Ja Mann. Aber ich verstehe nicht. Diese Leute die sagen das ist gar nichts. Also das schmeckt Leute. Mir schmeckt das. Also ich hab viele Red Bulls probiert. Das schmeckt mir am besten. Mir auch. Nein. Jetzt nicht das blaue. Ist die Nummer eins. Welche blaue? Die normale oder diese limited edition? Ja. In der Sommer. Ja Mann. Das blaue halt. Ja. Das kann man auf jeden Fall machen Leute. Auf jeden Fall. Das ist jetzt nicht so eklig. Ne? Ja. Das schmeckt gut. Ja. Also ich finde mein Geschmack ist das 10 von 10. Wie viel? 0 von 10? Ich würde ihm eine gute 5 von 10 geben. Oder 6 von 10. 5 von 10? Ja Mann. Okay. Okay. Welche schmeckt so am ekligsten wo du sagst von Red Bulls? Ähm. Das gelbe. Das gelbe. Gar nicht. Jo was geht was geht Leute. Baraloja. Das Video mit Huda ist fertig Leute. Deswegen meinen Kanal folgen, liken und bis zum nächsten Mal Alter. Er machte den Blick r suggestion. Wir stellen dir erst...